Meditation zur Reinigung und Aktivierung des Sonnengeflechts Text von Henka Shiva Nevalainen Die Meditation ist gesprochen von Ilona Trittin, Studio für Zeitreisen und Hypnose. Setze oder lege dich in deiner eigenen Position hin, in der du das Gefühl hast, diese Meditation durchführen zu können. Wenn du möchtest, lege deine Hände auf den Bauch. Dies ist später für die Visualisierung einfacher. Du solltest dich wohlfühlen, aber wenn es geht, nicht einschlafen. Lasse deinen Körper ruhen, doch halte dein Bewusstsein im Fokus. Atme einige Male in deinem Rhythmus tief ein und aus, bis du das Gefühl hast, frei und unabhängig zu sein. Wenn alltägliche Gedanken aufkommen, dann lass sie einfach vor deinem geistigen Auge vorbeiziehen. Nimm sie ohne Bewertung wahr. Du kannst sie bitten, in einem Warteraum Platz zu nehmen, bis du wieder Zeit für sie hast. Du kannst aber auch jeden deiner Gedanken auf eine Wolke setzen und wegpusten. Und damit sie Ruhe geben, sage ihnen, dass du dich nachher, nach dieser Meditation, wieder um sie kümmern wirst. Wenn du so weit bist, stell dir vor, wie in deinem Bauch ein wenig über deinem Bauchnabel ein kleines Streichholz entzündet wird. Lass es langsam aufbrennen und schau dir diese Flamme genau und in Ruhe an. Beobachte sie und lass sie ein wenig brennen. Atme dabei tief in den Bauch hinein und danach wieder aus. Stell dir nun vor, wie dieses Licht in deinem Bauch immer größer wird. Immer größer und größer, bis es so groß ist wie die Sonne. Hier ist dein Kraftzentrum, aus dem du alle Kraft aus dem Inneren schöpfen kannst. Fühle es. Deine Aktivität steckt in dieser Sonne. Du bist willensstark und tatkräftig. Sage dir ein paar Mal hintereinander, ich glaube an meine innere Stärke. Ich bestimme mein Leben selbstständig. Ich fühle mich gut. Ich glaube an meine innere Stärke. Ich bestimme mein Leben selbstständig. Ich fühle mich gut. Erkenne, wie diese Sonne deinen ganzen Körper durchleuchtet und wie sich Lichtstrahlen durch deinen Körper verteilen. Wie fühlt sich das an? Was nimmst du wahr? Und nun schau dir bitte einmal deine Emotionen an, die genau jetzt hochkommen. Sammle all deine Gefühle, die du nun in deinem Bauchzentrum hast und beobachte sie. Wenn du Gefühle wahrnimmst, wie Angst, Trauer, Wut, Aggressionen oder ähnliches, leite sie wie eine Art Förderband in deinem Herzzentrum und lass sie dreimal in dir aufleben. Sprich dabei in voller Kraft innerlich dreimal zu dir selber diese Emotionen an, zum Beispiel Wut, Wut, Wut oder Angst, Angst, Angst. Und dann lass diese Emotionen los. Schicke sie wieder zum Solarplexus zurück und lass sie dort im lodernden Feuer deines Sonnengeflechts transformieren. Reiki-Energien begleiten diesen Prozess, der jetzt in dir stattfindet. Finde dann den Gegenpol dieser Emotionen und lass sie in dir aufleben. Sieh, wie sich dabei ein gelbes Schutzschild um dich herum bildet. Während du beispielsweise Angst in Mut, Trauer in Freude, Zweifel in Hoffnung usw. verwandelst. Lass dazu auch das Licht in deinem Bauchraum über dein Kronenchakra hinaus ausströmen, sodass dieser Schutzschild, den du gerade bildest, sich um dich herum noch verstärkt. Er schützt dich vor allen negativen Erlebnissen und alle negativen Erlebnisse, Gefühle oder auch Menschen, die dir begegnen werden, werden diesen Schild ab jetzt nur noch stärker machen. Denn du bist unantastbar, weil alle Macht aus deinem Inneren kommt. Lasse nun alle deine positiven Gefühle wie Freude, Tatkraft, Mut und Spaß in dir aufleben und durch den gesamten Körper und darüber hinaus strömen. Zaubere dir ein Lächeln auf dein Gesicht und genieße diese Qualität, die du in dir findest. Wenn du dann bereit bist, bedanke dich bei deinen spirituellen Führern und bei dir selbst dafür, diese Meditation gemacht zu haben und erinnere dich, du kannst sie immer wieder neu aufrufen. Wenn du möchtest, verweile noch ein wenig in der Ruhe. Und dann bewege ganz langsam deine Zehen und Füße, deine Finger und deine Hände, danach deine Unterschenkel und Unterarme, deine Oberschenkel und deine Oberarme. Beginne dich langsam wieder zu erden und dich zu strecken. Du darfst auch gerne gähnen und wenn du so weit bist, öffne deine Augen. Bedanke dich bei Vater Sonne und sage dir, du bist nun bereit. Bereit für diesen Tag, für diesen Sommer und für alle deine weiteren Tätigkeiten in voller Kraft und Selbstsicherheit. Genieße dein Leben. Mach's gut und wer weiß, vielleicht bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.